Hallo ihr Lieben und willkommen zu Haus bei Lara. Heute ist der 6.1. und in 9 Tagen ist mein errechneter Entbindungstermin. Aber mein Körper hat jetzt die letzten zwei Tage so viel Stimmung gemacht, dass ich wirklich glaubte, heute im Krankenhaus liegen zu dürfen. Ich weiß gar nicht. Ich habe ja euch am Dienstag erzählt, dass das letzte Paket rausgeht von meiner Bestellung und irgendwie danach hat mein Körper echt Stimmung gemacht. Ich habe immer wieder einen harten Bauch, es zog so nach unten und ich dachte wirklich, es ist bald soweit. Am Mittwoch hatte ich einen Hebammentermin, da habe ich auch drei Wehen gehabt, zwei auf dem CTG und dann gleich noch eine dritte nach dem CTG schreiben. Ungefähr so einen 7 Minuten Abstand. Und da dachte ich wirklich, das fühlt sich irgendwie so an, wie damals bei Elena und drei Tage später war das Kind da. Ja, drei Tage später, heute am Freitag, ist das Kind nicht da. Ich fühle mich super. Der Bauch wird hart, wenn ich mich jetzt anstrenge, Treppen laufe, irgendwie sowas mache. Wenn ich auch an den Bauch komme, dann wird er auch hart. Manchmal ist es aber auch die Kidsbewegung, das kann ich nicht immer ganz, also nicht sofort unterscheiden. Da muss ich immer tasten. Ja, und weil ich echt dachte, ich gehe bald los, habe ich hier Stimmung gemacht. Mein Mann hatte ja Nachtschicht die letzten zwei Nächte. Das fand ich auch nicht passend zu meinem Zustand. Also ich habe jetzt echt nicht erwartet, dass das Kind eher kommt. Also ich habe wirklich ab dem 10. gedacht, so ab dem 10. da könnte es so mal langsam. Da müssen wir uns bereit halten, dass das hier schon am 3., 4., 5. so... Nee, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ist auch nichts passiert, wie ihr seht. Ich bin immer noch dick. Habe hier meinen Schwangerschaftspulli an. Den habe ich mir genäht, extra für den dicken Bauch. Und dann auch zum Stillen. Ich hoffe, das klappt so. Mit einem ganz, ja, Oversize-Pulli. Ja, gestern war die Weihnachtsfeier in der Kita. Und unser Vorschulkind hatte dort auch einen kleinen Auftritt beim Krippenspiel. Da bin ich echt sehr froh, dass ich dabei sein konnte und nicht im Krankenhaus war. Meine Eltern sind auch dazu gekommen, also für die Aufführung und dann auch beim Beisammensein in der Kita danach. Und ich habe spontan entschieden, ach Mama, nimm doch die Mädchen mit. Und sie hatte die Woche frei. Mein Vater ist schon in Frührente. Und ja, es hat gerade gepasst. Und ich wollte auch, ja, mal allein sein. Also, ja, schöner wäre es natürlich, wenn mein Mann auch da wäre. Aber der hat eben, wie gesagt, Nachtschicht. Aber so die Situation, ich bin allein, aber die Kinder sind versorgt. Wenn es jetzt passiert, dann passiert es eben und ich lasse mich ins Krankenhaus fahren und Lars kommt dann, wie er es schafft, nach. Das hat mich doch ganz entspannt. Ich fand das irre angenehm, den Abend ganz für mich zu haben, ohne irgendwie Kinder pünktlich ins Bett zu kriegen. Das habe ich nämlich in der ersten Nacht gar nicht geschafft. Wo Lars nicht da war, da sind wir erst, jetzt bin ich, halb zehn. Halb zehn erst aus dem Kinderzimmer raus. So spät sollen sie eigentlich nicht so wohl kommen. Vor allem nicht, wenn am Folgetag so etwas Wichtiges ist wie das Krippenspiel. Ah ja, das war für mich schon irgendwie anstrengend. Aber jetzt bin ich so entspannt. Ah, mir geht es so richtig gut. Die Kinder sind immer noch bei meinen Eltern, die kommen am Nachmittag. Ja, wie gesagt, wir haben echt nicht damit gerechnet, dass das sich so früh auf den Weg machen könnte. Und haben auch für heute Karten für den Zirkus reserviert. Wir wollen eigentlich heute Nachmittag in den Zirkus mit den Mädchen. Aber ich denke mal, ich weiß nicht, ich habe schon überlegt, ob ich nicht mitkomme, sondern eben zu Hause bleibe. Weil wenn es eben dann irgendwie, keine Ahnung, so losgeht, dass ich dann nicht gerade im Zirkus bin. Aber jetzt habe ich gerade echt keine Anzeichen dahingehend, dass es bald losgeht. Ich bin jetzt wieder entspannt. Und nähe ganz viel. Oh, ich finde es toll. Ich liebe es zu nehmen, wirklich. Ich bin nähtsüchtig. Deswegen habe ich ja das Gewerbe hier mir angeschafft, weil ich so wahnsinnig gerne nähe. Und da kann ich euch mal zwei Sachen zeigen, die ich gestern und heute Morgen gemacht habe. Da ist unser Baby. Ja, mein Model. Das ist so eine lebensnahe Puppe und sie ist 48 cm groß und somit für die 50 cm perfekt geeignet. Und ich habe hier so ein Einschlagmantel, sage ich mal. Das ist ein neues Modell. Ich weiß nicht, ob ich das im Etsy-Shop dann auch später anbieten werde. Ich werde es erst mal selber für mein Kind probieren, wie das so ist. Das hat hier Beinchen, damit man eben das leichter anschnallen kann und nicht hier so durchgefädelt werden muss. Und dann ist das eigentlich hier so zum Einschlagen mit Kapuze. Ich überlege, ob ich hier noch Klett mache oder Druckknöpfe. Ich habe es einlagig genäht. Ich habe zuerst überlegt, das innen mit Jersey zu machen, aber ich glaube, ich mache es einlagig. Auch so als Übergangsdeckchen, dass es nicht zu dick wird. Wobei jetzt das Jersey hier, was ich jetzt für den Rand vernäht habe, jetzt nicht wirklich dick ist. Also, ja, wie gesagt, das probiere ich mal aus. Ob das hier so okay ist. Ist das jetzt hier scharf gestellt? Warte mal. Ich will mal die Naht zeigen. Ob das so okay ist, wenn man die Naht so sieht. Wenn es natürlich doppellagig ist, dann sieht es alles noch sauberer aus. Ja, muss ich mal schauen. Das habe ich heute früh fertig gemacht. Gestern Abend, man könnte sagen Nacht, habe ich den Zuschnitt noch gemacht. Und das ist auch eine schöne, schnelle Sache. Man muss ja auch berücksichtigen. Ich muss ja die Arbeitszeit berücksichtigen und den Stoffverbrauch. Und wenn es zu teuer wird, dann kauft es dann auch niemand. Ja, und das ist der Schlafsack. Hier unser Baby. In der 50, 56. Ja, und das ist schon so ein großer Moment. Ich lege mal die Puppi drauf. So, und hier sieht man nochmal schön, wie großzügig eben meine Schlafsäcke geschnitten sind und wie viel Beinfreiheit das Kind hat, weil es ja in erster Linie ein Schlafsack sein soll. Also die Puppi ist 48 cm groß. Und ich habe das wieder aus diesem Vlies gemacht, wie für Johanna, weil ich habe das damals zusammen gekauft. Das war noch so als Restposten noch da. Und da wollte ich, ja, fürs Ausprobieren mal ein bisschen günstigeren Stoff nehmen. Mal sehen. Ich bin gespannt, jetzt an meinem eigenen Kind zu sehen, wie lange sie es tragen wird. Das Schöne ist eben, dass die Kleinen ja so schön schnell groß werden und ich das, ja, innerhalb von einem Jahr sehen werde, wann das zu einem Schlafanzug wird. Ach ja, ich freue mich schon, mein Mädchen da reinzupacken. Einen ganz flauschigen Teddybär wird sie dann. Ja, es ist schon Nachmittag. Mein Mann und ich haben gegessen, ein Filmchen geguckt und jetzt werde ich mal weiternähen. Ich brauche das auch als Ablenkung. Wenn ich nur da liege, da bilde ich mir noch was ein. Merke ich irgendwie den Bauch und wie es strampelt. Und wenn ich nähe, dann bin ich abgelenkt. Als nächstes möchte ich einen Schlafanzug für meine Mädchen nähen. Ich mag diesen rosa Wollstoff. Das ist Wolljersey. Sehr, sehr dünn. Und irreweich. Also man merkt gar nicht, dass das Wolle ist. Das ist echt wunderschöner Stoff. Und ich werde den jetzt für mein Mädchen ausprobieren und vielleicht wird es den auch in Zukunft in meinem Shop geben. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist halb 5 Uhr morgens. Man kann schon fast sagen, 3 Viertel. Und mein Bauch weckt mich. War es jetzt schon 3 Viertel 2. Werde ich mir mal von meinem Bauch geweckt. Jetzt wollte ich doch mal aufstehen und mal genauer nachmessen, was ich da aber nicht habe. Ich habe, keine Ahnung, alle 3 Minuten wehen, aber die tun nicht wirklich weh. Also beim Liegen hatte ich schon so ein bisschen Bauchweh. Jetzt habe ich gerade wieder einen harten Bauch. Also das ist wirklich in sehr kurzen Intervallen. Aber es fehlt irgendwie noch was. Ich will meine Leute so lange wie möglich schlafen lassen. Ich werde jetzt mal weiter beobachten. Tee trinken. So was wie frühstücken oder so. Alle schlafen noch im Haus, die Kinder. Mein Mann habe ich auch nicht geweckt. Also ich will auch noch so lange wie möglich schlafen lassen. Meine Eltern brauchen eine Dreiviertelstunde bis hierher. Die werde ich jetzt demnächst, also die werde ich um 5 anrufen. Ja, ich hatte Angst, dass ich keine Zeit haben werde, dass das alles schnell geht. Aber ich glaube, ich habe die Zeit noch. Dass ich die Leute noch ein bisschen schlafen lassen kann. Meine Kliniktasche zu Ende packen kann. Da ist auch noch nicht alles drin. Ja, und mit einem Baby-Countdown wird das nichts. Heute ist der 7.1. Und eigentlich morgen in einer Woche soll das Kind kommen. Das kommt jetzt 8 Tage zu früh, was vollkommen normal ist. Wenn das jetzt kein falscher Alarm ist. Aber ich glaube schon. Also der Tag ist ja noch jung. Ich denke mal, das Wochenende auf jeden Fall. Wenn es nicht heute kommt, dann kommt es definitiv morgen. Also bis nächste Woche, bis zum Termin schaffen es auf keinen Fall. So aktiv wie mein Bauch schon, so regelmäßig wie mein Bauch schon hart wird. Gestern konnte ich den Strampler nicht zu Ende nähen. Ich habe mir noch längere Gedanken gemacht, welche Version ich die jetzt eigentlich nähe. Bei dem Schnittmuster gibt es nämlich mehrere. Und dann waren wir noch im Zirkus. Das war auch sehr schön. Nicht so ganz für meinen Bauch. Der wurde immer wieder hart. Aber das war jetzt nicht das Problem. Es ist wie jetzt. Nur die Abstände waren größer. Jetzt wird er wieder hart. Die Rückfahrt. Oh, durch die Schlaglöcher. Boah. Also das dachte ich mir. Können wir gleich hier die Kinder wieder zurückgeben. Das war ja so lustig. Meine Eltern kamen. Wir haben hier noch ein bisschen gewuselt. Und dann sind wir gleich wieder los. In den Zirkus. Und dann sind wir vom Zirkus zurück. Und ich dachte mir so bei der Autofahrt. Oh ja, da können wir gleich meine Eltern anrufen. Die können wir wieder abgeben. Wenn der Zirkus jetzt nicht wäre. Also wie gesagt, das haben wir uns ja schon vor einer Woche. Vor über einer Woche eigentlich vorgenommen, das zu machen. Da hätten wir sie wahrscheinlich sogar bei meinen Eltern gelassen. Na gut. Und ja, wie ihr seht, die Wehen sind eigentlich nicht so richtig ernst zu nehmen. Ich kann dabei noch mal weiterreden. Aber schlafen wollte ich jetzt nicht mehr irgendwie. Will ich es auch nicht zu spät. Zu spät die Alarmglocken läuten lassen. Ich beobachte mich jetzt. Wer weiß, vielleicht lege ich mich auch wieder hin. Vielleicht fahren wir ins Krankenhaus. Mal sehen, wie das nächste Video aussehen wird. Macht's gut. Ciao.